Willkommen bei den Wirtschaft TV News. Der Pharmakonzern AstraZeneca verdoppelt seinen Nettogewinn im ersten Quartal. Denn die Kritik geratene Impfstoff brachte einen Umsatz von 275 Millionen Dollar. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Demnach verdiente das britisch-schwedische Unternehmen, das unter anderem Corona-Impfstoffe produziert, von Januar bis März 1,56 Milliarden Dollar. Im Vorjahresquartal hatte der Gewinn bei 780 Millionen gelegen. Das Unternehmen profitierte zuletzt vor allem von neuartigen Behandlungen, wie im Bereich der Onkologie. AstraZeneca machte zudem erstmals Angaben zum Umsatz mit seinem Vakzin. Dieser lag im ersten Quartal bei 275 Millionen Dollar. Dabei machen die Verkäufe des Impfstoffs nur rund 4 Prozent des gesamten Umsatzes von AstraZeneca aus. Dieser stieg im ersten Quartal um 15 Prozent auf 7,3 Milliarden Dollar. Der Hersteller steht wegen massiver Lieferverzögerungen bei seinem Impfstoff in der EU in der Kritik. Zudem geriet der AstraZeneca-Impfstoff wegen seltener, aber schwerwiegender Nebenwirkungen in die Schlagzeile. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hielt zwar an ihrer positiven Bewertung des Vakzins fest, viele Länder führten aber Altersuntergrenzen für AstraZeneca-Impfungen ein, darunter auch Deutschland. Das waren die News bei Wirtschaft TV. Bis zum nächsten Mal.